Ich ging um die Ecke und schaute zu, als Hitler ankam. Auf einem Militärauto. Ich habe ihn angeschaut, er hat mich nicht angeschaut. Dass in der Schule andere Dinge gelehrt werden, wie zum Beispiel, was ist Demokratie? Was war vorher? Was geschah, wenn sie verloren war? Geben Sie Ihre Rechte nicht weg. Demokratie ist wichtig, wenn Ihnen das Leben lief ist. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!